Die Zeit läuft. Können Sie dem Inspektor ausrichten, dass er uns hier treffen und so viel Verstärkung wie möglich mitbringen soll? Aber er muss diskret vorgehen. Tun Sie das für mich, Ruffles? Ja, Mr. Holmes, ich bin schon unterwegs. Ich danke Ihnen. Gehen wir zurück zur Baker Street. Gehe ich meinen Orden schon wieder da? Achso. Schade, ich will nicht reingucken. Äh, was machen wir denn hier? Die Tentakel. Ah, ah, ah. Das ist eine Decke. Armer Mann. Kommen Sie, mein Freund. Sie haben es überstanden. Fassen Sie sich. In einer halben Stunde sind wir mit dem Premierminister verabredet. Ich träume wohl immer noch. Premierminister? Dies ist unser nächstes Ziel, Watson. Das britische Museum. Kommen Sie, Beeilung. Im Moment liegen wir vorn und ich will, dass das auch so bleibt. 16. Juli 1895. Wie geht es Ihnen, Herr Premierminister? Lestrade? Mr. Holmes, trotz Ihres legendären Scharfsinns und der überdurchschnittlichen Intelligenz, die Ihnen ganz England attestiert, sind Sie doch meilenweit davon entfernt, auch nur zu erahnen, wie verärgert ich bin. Von Inspektor Lestrade erhalte ich nur eine Antwort. Fragen Sie, Mr. Holmes. Also, Mr. Holmes, wo stehen wir? Vor einigen Tagen, am 14. Juli, um genau zu sein, erhielten wir einen Brief von diesem allgegenwärtigen Arsen Lupin. Hier, Sie können gerne einsehen. Ist das Ihr Ernst? Die Tatsachen sprechen durchaus dafür. Es sind drei Tage vergangen und er hat bisher all seine Versprechen eingelöst. Selbst in jüngster Geschichte hätte dieses groteske Verhalten einen Krieg ausgelöst. Tja, Mr. Holmes, diese Vorfälle sind zu schmerzlich, als dass wir sie in Ihre Hände legen könnten. Ganz gleich, über welche Talente Sie verfügen. Ab jetzt arbeiten Sie mit Inspektor Lestrade zusammen und unterstehen seinem Befehl. Er wird meinem Kabinett Bericht erstatten. Ich werde den Kriegsrat einberufen. Ganz gleich, welches Ansehen Sie genießen, ich verbiete Ihnen, Kontakt mit der Presse aufzunehmen. Ein Verstoß wird streng geahndet. Meine Herren, diese verdammten Franzosen, ich sollte eine Flotte entsenden. Mein lieber Lestrade, die Zeit drängt. Das Museum ist wie ausgestorben. Hat das geschlossen? Nein, aber da gerade umgebaut wird und die meisten Galerien geschlossen sind, gibt es kaum Besucher. Das trifft sich gut. Schicken Sie die restlichen Besucher und Arbeiter nach Hause. Versperren Sie den Eingang und lassen Sie Ihre Männer das Gebäude umstellen. Von jetzt an darf niemand das britische Museum betreten. Kommen Sie, Watson. Wir sollten sicherstellen, dass sich Lupins nächstes Objekt der Begierde noch innerhalb dieser Mauern befindet. Werken Sie, ich habe einen Plan vom Museum. Der Wärter hat ihn mir gegeben und er könnte sich als nützlich erweisen. So, dann rein ab. Und Sie haben keine Ahnung, was hier vor sich geht? Nein, nicht die geringste. Aber es ist amüsant, all diese hübschen jungen Männer in Uniform zu beobachten. Ach, Inspektor, Sie sind vielleicht witzig. Sie sind verhaftet. Und jeder der... Oh, hallo, die Herren! Was können wir für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Habe ich die Ehre, mit dem Museumskurator zu sprechen? Nein, Sie beehren nur den Wärter. Können Sie mich so schnell wie möglich zum Stein von Rosetta führen? Natürlich. Folgen Sie mir. Oh je, das sieht schon wieder aus einem riesigen Gebiet aus. Sie folgen mir mit gedämpften Schritten in die Halle, die Treppe hinauf in mein kleines Zimmerchen und dort bekommen Sie... Meine Herren, wir sind da. Der Rosetta-Stein. Wussten Sie, dass er von den Franzosen... Nur zu gut. Dort steht die Ehre Englands, die es zu verteidigen gilt, Watson. Wir müssen Lestrade finden. Seine Männer sollen uns helfen, das Museum zu durchsuchen. Der berühmte Stein von Rosetta. Nach Thomas Youngs Entdeckung konnte Champollion das große Rätsel der Hieroglyphen vollständig entziffern. In der Tat wurde dieser Text, ein ptolomäisches Dekret aus dem Jahr 196 vor Christus, in drei Sprachen aufgeschrieben. In Hieroglyphen, in Demotisch, einer weit verbreiteten Schrift zu jener Zeit, und zum Schluss in Griechisch. Wir können ja nicht gucken, wenn ich am Reden bin. Sarkophag aus Schluffstein von Sasobek, Vizier von Oberägypten. Es ist eine antike babylonische Tür. Schön. Neu-assyrisches Steinrelief, das eine Hommage an König Assurnasiepal II. darstellt. Der Affe ist ein sehr begehrtes Tier in der mesopotamischen Kunst, ein exotisches Tier von großem Wert. Riesige Büste von Ramses II., Ramses II., Ramses II., So, ja, hier gibt's hier viel zu sehen, das ist unglaublich. Ägyptische Stele, Grandioritbarke mit einer Statue von Königin Mutemvia, die die Mutter von Amenhotep III. war. Sarkophag von Hapmen, im Moment nicht ausgestellt, ein Geschenk von König George III. Dritten. Hä? Oh Gott, really? Wo ist der? Ich dachte, der ist mit dabei. Warum muss ich den denn jetzt suchen? Was ist das hier für ein Schub? Keine Vorkommnisse, Mr. Holmes. Toll. Beeindruckende Sammlung von Künstlermedaillen von Dossier. Eine Statue von Kali, der Göttin des Todes. Zerstörerische weibliche Energie. Ah, Damen. Wie sieht hier die Kali aus? Wahrscheinlich im Dauerausstellungssaal, ne? Eine Skulptur aus der römischen Epoche. Hier noch. Schön. Da dumm, die damm, die damm. Ganz schön viel Arbeit, was? Ist er schon wieder verkleidet oder was? Alter, was für ein krasses Teil hier. Huch, wo ist denn die Tür? Ich sehe schon wieder so schlecht. Das nervt sehr. Wie kommen Sie voran, Lestrade? Wir sind soweit fertig. Und eins steht fest. Arsène Lupin ist nicht hier. Wir haben alles umgekrempelt und selbst den letzten Winkel durchsucht. Die Männer haben die Wachen draußen verdoppelt. Dieser Ort gleicht einer Festung. Vier Männer, die sind steinern, geil. Ausgezeichnet. Arsène Lupin ist nicht im Museum. Und wir sorgen dafür, dass er es auch nicht betritt. Niemand durchbricht diese Mauern, Lestrade. Niemand. Homs, es sind bereits zwei Stunden vergangen. Und wir haben noch nichts gegessen. Können wir nicht... Gewiss, Watson. Besorgen Sie sich etwas Essbares. Ich möchte nichts. Fragen Sie doch einen der Männer draußen, ob Sie doch etwas für Sie haben, Watson. Kommen Sie, Inspektor. Lassen Sie uns den Plan noch einmal durchgehen. Sie steuern, Dr. Watson. Ich steuere jetzt erstmal auf das Fenster zu und mache das im Vorhang davor, ey. Jetzt enttettere ich hier mal wieder die Kabel. Oh, ist das angenehm. Ich sehe was. Äh, ich steuere Dr. Watson draußen. Die Männer fragen, ob sie noch etwas zu essen haben. Oder wird... Äh, nein, dort habe ich nichts verloren. Überhaupt kein Interesse. Hammer. Seife. Massenhaft Seife. Seiler. Das sieht er schon. Hier. So einen Stein. Transportieren kann. Guten Tag, Gentlemen. Inspektor Lestrade meinte, hier wäre vielleicht noch etwas zu essen übrig. Ich fürchte nein. Neben dem Portal da vorne liegt eine Brottüte. Vielleicht ist Dari noch ein Brötchen. Äh. Neben dem Portal. Was für ein Portal? Was für ein Portal? Lestrade meinte, hier wäre vielleicht noch etwas zu essen übrig. Ich fürchte nein. Neben dem Portal da vorne liegt eine Brottüte. Vielleicht ist Dari noch ein Brötchen. Nein, dort habe ich nichts verloren. Nein, dort habe ich nichts verloren. Nein, dort habe ich nichts verloren. Total. Da. Ah, das sieht aus wie die Brottüte der Polizei. Sehr. Es ist eine Mülltüte. Keine Brottüte. Pst. Hey, Doktor. Pst. Um Himmels Willen. Was tun Sie denn hier? Auf der Straße munkelt man etwas Großes ist im Gange. Ist das wahr? Ähm, ja. Ich meine, nein. Sie müssen trotzdem von hier verschwinden. Keine Chance, Doktor. Ich will meine Sensation. Sie haben es versprochen und es wird Zeit, dass Sie Ihr Wort halten. Was? Was soll ich tun? Bringen Sie mich rein. Ich schieße heimlich ein paar Bilder und eine Riesenschlagzeile ist mir sicher. Kommt nicht in Frage. Wenn Sie einer der Polizisten sieht, wandern Sie direkt ins Loch. Ich muss den Schlamassel dann ausbaden. Hören Sie, Doktor. Ich habe Schlimmeres erlebt und meine Arbeit ist nun mal gefährlich. Wenn Sie mich schnappen, werde ich Sie raushalten. Sie schulden mir einen Gefallen. Die Sache mit der Medaille ist fast ausgestanden. Sie bekommen sie spätestens morgen. Oder wollen Sie, dass ich mit leeren Händen komme und dem großen Detektiv obendrein erzähle, mit welchen Gestalten Sie sich abgeben? Ich weiß nicht einmal, ob ich das kann. Das Museum ist bewacht wie eine Festung. Sie schaffen das, Doktor. Sie müssen nur den Schlüssel für das verflixte Tor finden und die Wächter ein paar Minuten ablenken. Viel Glück, Doktor. Ich warte hier. Schlüssel für das Tor. Wird der Wächter haben, oder? Der Wärter da. Oder Vollständigkeit halber. Ich versuche einfach mal noch hier hinzugehen. Nein, dort habe ich nichts verloren. Sehr schön. Wie geht es Ihnen? Gut, ich tue nur meine Pflicht. Bevor ich mich von den Polizisten entferne, sollte ich den Schlüssel zum Portal suchen. So, ich kann natürlich entweder hier hinten einfach rumfliegen irgendwo. Natürlich nicht, glaube ich. Bitte nicht, dass ich mich von den Schlüssel nicht auf den Schlüssel sitzen kann. Okay. Setze ich mich nicht ein. Na gut. Gut. Wie sieht das aus, mein Freund? Alles in Ordnung? Grundgütiger ja. Keine Besucher, kein Lärm. Jetzt kann ich mich endlich meiner meterhohen Ablage widmen. Ach, all die Schätze in diesem Gebäude. Es ist sicher eine große Verantwortung, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Apropos Sicherheit. Gibt es eigentlich mehrere Schlüssel für den Haupteingang? Wie ich bereits Ihrem Kollegen, Inspektor Lemonade oder Lestate oder ach so ähnlich sagte, es gibt zwei. Einen habe ich ihm gegeben, den anderen hat der Kurator. Wo finde ich den Museumskurator? Sie finden ihn in Schottland. Für die Zeit der Renovierung hat er Urlaub. Und nur er kann dieses merkwürdige Tresorschloss öffnen. Folglich befindet sich der Schlüssel an einem sicheren Ort. Demnach befindet sich der Schlüssel im Büro des Kurators. Ja, gleich neben dem Eingang. Der Architekt ist gerade dort. Ich muss los. Vielleicht bis später. Nicht in die falsche Richtung laufen. Dieses Gerät ist merkwürdig. Es dient sicher dazu, seinen Standort in dieser riesigen Bibliothek zu bestimmen. A, B. A, B. F, F. A, B, C, D. Es geht leider nur bis J. Hier auch so. Aber ich kann hier sogar noch hoch. Das ist mal nicht irgendwas zu bedeuten, Matthias. Dieses Gerät ist merkwürdig. Es dient sicher, dass... So, auf zum Eingang. Das... ...jeden Mittwochmorgen Treffen der Commonwealth Archangelist Society nach jeder Mahlzeit 2 der von Dr. Hennig verordneten Magnesium-Tabletten einnehmen, öffnen. Die Gedächtnisstütze des Museumsdirektors. Offensichtlich leidet er an Gedächtnisverlust. Er notiert sogar eine Art Hieroglyphen. Also es ist hier nichts Interessantes... Ach. Oh. Die Gedächtnisproduktion. Die Gedächtnis-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten. Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten-Tabletten. ja keine ahnung ist nicht jetzt noch nicht überhaupt kein interesse stehe ich nicht das direkte kurator direkt ist das gleiche aufbrechen müssen die notiz auf den streichstisch wird ihnen dabei helfen die aufgabe kann wenn sie nur jetzt ein wenig mehr aufmerksamkeit schenken jeden mittwoch morgen schade ist es im mail oder so drehen sich pfeile und die grünen pfeile gegen den uhrzeuge sind in das rote rad ist so ist ein rotes rad ist kein rotes rad das da oder was kann sie ganz genau die position der vier grünen pfeile 30 30 45 nicht es wird die freilich ist was ist gut mit ihm mit die zahlen um was er mit sich 1 das Wort 1 so und das ist auf der 30 die 45 das ist auf die 30 und der dritte geht auch auf die 30 das ist ja auch schon die 45 hier falsch gedacht oh mein gott 2 45 sind die hälfte 30 30 drittel dazwischen das war nicht schön erhebte von 45 ist hier nicht 3 2 25 5 25 die Stimme natürlich wir auch nicht wie ist das sind 60 45 plus 25 also so ich weiß aber nicht mal bei 1 2 3 4 hier 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 30 45 also fangen wir über der 1 an das ist angeblich von dann kommt die 45 50 30 das ist bestimmt richtig das ist so schwer die hier 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 das das rote zahlen Was? 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 Du hast rote Zahlen im OCR-Sendor, ähm, okay, rote Zahlen im OCR-Sendor, blau dagegen, also die 1 ist schon mal komplett falsch. 35, 40, 60, 75, dann, ich sehe nichts, danke, die 2 steht auf der 45, die 3 muss, Was machen Sie da? Ich, ähm, wollte nur überprüfen, ob der Tresor verschlossen ist. Ach ja? Sie wollten wohl eher nachsehen, ob er beschädigt ist. Nun, ich habe ihn nicht angerührt. Beruhigen Sie sich, junger Mann! Was haben Sie denn? Sie sind ja ganz außer sich. Das verstehen Sie nicht. Dieser Druck macht mich fertig. Wir liegen drei Wochen hinter dem Zeitplan und man droht mich zu entlassen, wenn auch nur einer meiner Leute ein Gemälde beschädigt. Und Sie kommen einfach daher, schicken meine Leute nach Hause und ersetzen sie durch Polizeibeamte. Wenn Sie über eine Statue stolpern oder eine Vase zertrümmern, kann ich gleich einpacken. Nein, das stimmt nicht. Die Polizei macht ihren Job gut und sie werden sich von zerbrechlichen Gegenständen fernhalten. Außerdem sind die Statuen so schwer, dass sie gar nicht umfallen können. Machen Sie sich doch nichts vor! Die Löwen am Eingang stehen auf Sockeln, die nur so vor sich hin bröckeln. Juhu! 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 Vielen Dank.